Aus Geldnot ins Heim. Dieses Schicksal bekommen derzeit immer mehr Haustiere zu spüren. Oft könnten sich Besitzer die Tierarztkosten nicht mehr leisten und würden die Vierbeiner aussetzen oder im Heim abgeben. Doch bei diesen ist die Aufnahmekapazität schon oft erreicht. Das ist Tristan. Es geht ihm mittlerweile schon wieder den Umständen entsprechend gut, dank der intensiven Betreuung im Landestierheim Steiermark in Graz, wo das leidgeprüfte Tier über Umwege gelandet ist. Er hat den Hinterpfote so nachgeschliffen, dass schon die Zehe gebrochen war und gesplittert ist. Und das war alles aufgrund eines Bandscheimvorfalls. Und er hat eine Operation gebraucht. Vermutlich ist er halt auch deswegen, weil so eine Operation sehr teuer ist, ausgesetzt worden. Tristan ist kein Einzelfall. Und so sind sämtliche 35 Hundeplätze im Landestierheim bereits belegt. Ähnlich ist die Situation auch im Tierheim Franziskus in Rosenthal an der Kainach im Bezirk Volzberg. Hier ist den Betreibern in letzter Zeit auch aufgefallen, dass viele Tiere hierher gebracht werden, weil deren Besitzer einfach keine Zeit mehr für sie haben. Es ist momentan eine schwierige Zeit. Die Leute müssen viel arbeiten. Die Tiere kommen zu kurz. Eine direkte Folge davon sei, laut Tierheimbetreiber, dass viele der Hunde oft grobes Fehlverhalten an den Tag legten und deshalb kaum weiter vermittelt werden könnten. Und irgendwann ist dann der Ausbruch, wo der Hund sagt, jetzt mag ich nicht mehr, ich will nicht mehr. Dann geht er nach vorne, beißt. Und all das führe zu einer weiteren Überfüllung der Tierheime. An eine räumliche Erweiterung sei derzeit kaum zu denken, da die Spenden im letzten Jahr deutlich zurückgegangen sind. Die nächste Herausforderung für die oft schon überfüllten Tierheime steht bereits vor der Tür. In den kommenden Wochen erwartet man viele sogenannte lebende Weihnachtsgeschenke, die bei den Beschenkten nun nicht mehr erwünscht sind.